Was soll Flüchtlinge, insbesondere Flüchtlingskindern, dabei helfen, sich besser integrieren zu können? Dabei liegt der Schwerpunkt auf Vernetzung, sodass Flüchtlingsheimleiter ein Event erstellen können, um Flüchtlingskinder mit deutschen Kindern in Kontakt treten zu lassen, zum Beispiel zum Lernen oder zum Fußballspielen. Wir haben eine Login-Seite und auch eine Registrationsseite, in der man sich registrieren kann und dann mit den Anmeldendaten einloggen kann. Mit alpaca500.de und einem sehr serien Passwort. Dann wird man auf jeden Fall auf die Startseite erst mal weitergeleitet, wo dann die momentanen Events, die vorhanden sind, angezeigt werden. Gleich. Das war natürlich gerade, um zu zeigen, dass man auch Passwörter falsch eingeben kann. Hier werden die momentanen Events angezeigt. Zum Beispiel haben wir einen Bankraub. Da hat ein sehr lustiger Mensch einen Event-Bankraub erstellt. Lustigerweise läuft unsere Datenbank über Google. Also wenn hier gleich das SEK vor der Tür steht, ihr wisst, wo das herkommt. Naja, wir können auch neue Events erstellen. Was wollen wir denn machen eigentlich? Wie was wollen wir machen? So Jugendhack vielleicht eintragen? Ja, wir können zum Beispiel eintragen, Präsentationen anschauen, Handball spielen, Handball spielen. Dann wird die sofort auf der Startseite aktualisiert und hinzugefügt. So, dass wir jetzt sofort das Event angezeigt bekommen. Ja, wir haben auch noch Informationen für Eltern, damit Eltern sich besser zurechtfinden können, um ihren Kindern zu helfen. Hier haben wir eine Google Maps, auf der dann arabischsprachige Kinderärzte angezeigt werden, die es in Deutschland gibt. Das haben wir immer exemplarisch mit NRW gemacht und mit allem in Berlin. Ja, das soll eigentlich nur helfen. Ja, und dann gebe ich mal das. Ja, viele Flüchtlinge sprechen natürlich kein Deutsch, deswegen haben wir uns gedacht, dass es ganz gut wäre, auch die Sprache ändern zu können. Die haben das jetzt hier Deutsch, Englisch und Arabisch gemacht. Dann sieht man hier, wenn man das Arabisch eingestellt hat, dann ist das Menü und die ganzen Unterpunkte auf Arabisch und auf Englisch und auf Deutsch und auf Deutsch. Dazu haben wir jegliche Texte in drei Sprachen abgespeichert, dann werden die halt ausgewählt, je nachdem, was man für eine Sprache ausgewählt hat. Hallo, ich war verantwortlich für das Frontend, das haben wir mit HTML und CSS zusammen mit Bootstrap gemacht. Für uns war es halt wichtig, dass es einerseits bunt ist, aber auch leicht modern, sodass es ansprechend für Kinder ist, aber trotzdem userfreundlich. Und deswegen haben wir halt das Ganze in so pastelligen Tönen gehalten. Ja, und gespeichert wird das Ganze natürlich per Datenbank. Wir haben dafür Firebase von Google benutzt. Und wie man schon beim Homescreen sehen kann, werden halt die ganzen Events gelistet. Und uns war wichtig bei diesem Projekt, dass wir auf diesen Vernetzungsaspekt eingehen, denn in den Medien hört man meist das Negative, wie eine Randgruppe sich über die Flüchtlingspolitik aufregt und dementsprechend handelt. Aber es gibt natürlich auch, okay, hier sieht man einmal die ganzen Nutzer, aber es gibt natürlich auch die Mehrheit, die dann eher nicht gezeigt wird. Und wir wollten denen auch eine Chance geben, dass die auch helfen können, dass die sozusagen durch diese App so einen kleinen Schub bekommen, dass wirklich Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer gemeinsam besseres, offeneres Deutschland bilden. Und unsere Zukunft für die App wird sein, dass wir das erstens jetzt noch kinderfreundlicher machen. Das ist jetzt ein bisschen improvisorisch noch. Dann wollen wir natürlich noch einmal, kannst du zur Karte gehen noch? Da wollen wir halt nicht nur die Ärzte anzeigen lassen, sondern auch wirklich Psychologen oder überhaupt so Spielzeugläden, die vielleicht ihre Hilfe anbieten und Arabisch sprechen, die vielleicht Deutschunterricht geben wollen, bereit wären, das zu tun. Und das wirklich, um diese Community zu haben, dass jedes verifizierte Member die Punkte eintragen kann. Also dort, der spricht Arabisch, der möchte helfen, der kann dann auch helfen. Wir haben das alles auch als eine Web-App verpackt. Das würde ich jetzt gerne zeigen, aber mein Handy liegt da hinten. Sodass man das alles auch nochmal auf einem Handy sich anschauen kann. Und dann jetzt, ja. Ja, und das war unser Projekt Interkits für ein offeneres Deutschland. Applaus Das war unser Projekt Interkits für ein offeneres Deutschland.